Musik Ein Sommertag hätte kaum schöner sein können. Für die Oldtimer, die sich an diesem Frühlingstag auf den Weg gemacht hatten zum Treffen unter der Bavaria, war das Kaiserwetter gerade richtig. Musik Hunderte klassischer Automobile, Zweiräder und Nutzfahrzeuge stellten am vergangenen Sonntag ein beeindruckendes Bild der Klassiker-Szene auf die Beine. Organisiert hatte dieses 15. Treffen, zu dem nach Schätzungen rund 5000 Oldtimer gekommen waren, wie jedes Jahr der Automobilclub München von 1903 e.V. im ADAC. Musik Ein Höhepunkt für viele Besucher, die Fahrt durch die Reihen der Schausteller und Bierzelte bei Frühlingsfest, das zeitgleich auf der Theresienwiese stattfindet. Eine Art kleines Oktoberfest im Frühling. Musik 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 Die Bandbreite der bayerischen Oldtimer-Szene wird kaum an einer anderen Veranstaltung so umfassend gezeigt. Für viele Clubs und Gleichgesinnte war das Treffen auch Anlass, gemeinsam Aufstellung zu nehmen und sich zu präsentieren. Präsenz zeigten auch die Firmen und Verbände, die mit dem Thema Oldtimer zu tun haben. Mit dabei war natürlich auch eine rollende historische Geschäftsstelle des ADAC. Das Teilnehmerfeld war ständig in Bewegung. Von der kolossalen Bavaria-Statue aus bot sich ein umwerfender Blick über das Geschehen. Bei der Ausfahrt wurde der Halle des angrenzenden Parks zum Erster-Reihe-Platz der Zuschauer, die sich jedes Brachstück einzeln anschauen konnten. Bei den südeuropäischen Temperaturen vom Sonntag war es ein bisschen Millimilia-Feeling, mitten in München.